Willkommen in der Normandie. Hier bin ich mitten in St-Pierre-sur-Div auf dem schönen Wochenmarkt und jetzt bleiben alle Leute stehen, weil sie denken, ich mache nur ein Foto, aber ich mache ja gar kein Foto. Und ich mache einen Film. Ja, auf der Normandie. Ja, auf der belle Normandie. Ja, ich mache das. Also die Dame sagte mir gerade, ich muss euch unbedingt die Halle zeigen von drinnen. Also es ist wunderbar, ich kann hier überhaupt gar keinen Film drehen, weil mir alle Tipps geben, was ich tun muss und alle wollen Fotos machen. Es ist großartig. Also, ich bin hier auf dem Markt von St-Pierre-sur-Div und da ist der nächste Statist, der sich jetzt ins Bild schleicht. Und ich wollte euch doch eigentlich diese großartige Markthalle zeigen. Die ist wirklich genial. Das ist einer der wirklich besten Wochenmärkte eigentlich in der Normandie und der findet hier jeden Montag statt. Und jetzt tue ich das, was mir ja hier alle Normannen raten. Und er ist auch nochmal im Bild und ist ganz groß und ganz stolz. Wow! Und jetzt gehen wir rein in die Halle. Hier ist ein buntes Markttreiben. Also es empfiehlt sich natürlich, früh auf den Markt zu gehen. Und mein Tipp an euch ist natürlich, am Ende einer Normandie-Reise auf einen der tollen Wochenmärkte in der Region zu gehen und dann nochmal richtig einkaufen. Alles nochmal einkaufen, was quasi die normandischen Landwirte so an leckeren Sachen produzieren. Und am besten dann jemanden nach Hause einladen, von der Normandie erzählen, ein Glas Hydre trinken und einen frischen Camembert essen. Perfekt, oder? So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss!